Leute, hier gibt es den besten Hotpot in Berlin und das zeige ich euch. Es ist schon mal ein sehr gutes Zeichen, dass die meisten, die hier essen, Chinesen sind. Außerdem sieht die Speisekarte sehr ähnlich wie in China aus, denn hier wählt man die Sachen, die man haben möchte, im Kreuzus dann an. Anschließend könnt ihr eure Soße selber zusammenstellen und dazu habe ich auch ein Video gemacht, was die beste Soße ist. Wenn ihr keine Schafe vertragen könnt, kann man nicht leben, ihr könnt euch eure Socken selber am Anfang auswählen. Ich finde, Hotpot kann man so gut mit Leuten teilen, also geht da auf jeden Fall mit euren Essen hin. Das Gute ist, es gibt nicht nur Fleisch, sondern auch sehr viele vegetarische Optionen. Und es macht einfach so viel Spaß, das Essen einfach selber sozusagen zu kochen. Folgt mir für mehr Food-Videos.